Reggae und gute Stimmung, das ist die Beachparty im Ozean von Guntramsdorf. Viele freiwillige Hände haben sich ins Zeug geworfen, für den guten Zweck und um den Abend für die Besucher unvergesslich zu machen. Die größte Beachparty Niederösterreichs bot auch heuer ein Programm für alt und jung und angeführt von Big Mountain abermals ein Star-Aufgebot. Besonders für alle Reggae-Fans wurde es mitten in der Nacht sonnig, gab es doch wieder gehörig etwas auf die Ohren. Jetzt spielt Eirepartie, das ist eine Ost-Tiroler Gruppe, die ziemlich am Start ist und es sind auch viele von Vorauberg angereist. Und ja, sie kommen eigentlich von ganz Österreich hier, ja, Beachparty gibt es schon seit 23 Jahren, seit 94 und ja, trotzdem immer ein Highlight. Das Veranstaltungsteam Guntramsdorf ist eine Gruppe von Freiwilligen, die es sich zum Ziel gemacht hat, ihre Freizeit für Menschen zu opfern, die es im Leben nicht so gut getroffen haben. Seit mehr als 20 Jahren ist man schon im Dienst der guten Sache unterwegs. Unser Hintergrund liegt eigentlich bei Kindern und Jugendlichen, die schwere Schicksalsschläge hinter sich haben, auch mit Behinderung. Das ist unsere Zielgruppe und ein jeder ist wirklich mit Herzblut dabei von unseren Mitgliedern. Walter Haderer, der Vorsitzende des Vereins, beschreibt das Engagement mit einfachen und klaren Worten. Wir wollen etwas bewegen, Menschen helfen. Das Herzblut fließt schon etliche Jahre hinein. Natürlich machen wir das ehrenamtlich, um den Rängewinn beim Gospel-Konzert zu spenden. Dieses heuer am 10. Dezember stattfinden wird, 20-jähriges Jubiläum, auf das wir uns natürlich auch schon sehr freuen. Es wird auch ein Megaspektakel werden. Zum Jubiläum muss man etwas anderes bewirken und wir freuen uns auch schon darauf. So sorgte einmal mehr ein großes Feuerwerk für einen leuchtend hellen Nachthimmel und zusammen mit dem musikalischen Feuerwerk wurden die Besucher, gemäß der Worte von Bob Marley, Musik kann diese Welt bewegen, in die Welt des Reggae entführt.